Es scheint so, als ob Katie Holmes und Siri Cruise eine richtig gute Zeit hatten. Die Mutter und Tochter starteten das Jahr 2014 damit, in der Sonne in Miami zu liegen. Angeblich hatte Siri mit ihrem Vater Tom Cruise Weihnachten verbracht. Nun ist sie wieder bei ihrer Mutter. Sicherlich hatte die 7-Jährige viel zu erzählen. Es scheint so, als ob die 35-Jährige während den Feiertagen nicht übermäßig geschlemmt hat. Der ehemalige Dawson's Creek Star zeigte ihre Modelfigur in einem Bikinitop und einer Shorts. Nur einen Tag zuvor wurde Katie in einem pinken Zweiteiler gesehen. Die kleine Siri sah richtig niedlich in ihrem pinken Kleid aus. Sie kuschelte mit ihrem grauen Kuscheltier. Offensichtlich ging es den beiden richtig gut in der Sonne.